Riesenteddy I love you als Symbol der Liebe von Riesenteddy.com Früher wurden Teddys für Kinder hergestellt, dass sie bei fast jedem Mädchen das Lieblingsspielzeug waren. Doch mittlerweile gibt es auch auf dem Markt verschiedene Arten der Riesentedys, wie es zum Beispiel Riesenteddy Pink, Riesenteddy XXL oder auch der berühmte Riesenteddy I love you sind. Diese Teddys sind ein ideales Geschenk für jeden Anlass, besonders wenn man eine Frau glücklich machen will. Das ist auch der Grund, wieso man sich eine Verlobung oder eine Liebeserklärung ohne einen Riesenteddy I love you nicht vorstellen kann. Ein neuer Weg, um die Liebe zu gestehen. Eine Verlobung ist immer eine besondere Sache in jedem Leben und deshalb wird ihr besonderer Aufmerksamkeit geschenkt. Doch man sollte auch eine Liebeserklärung nicht vernachlässigen, denn für so einen Schritt braucht man immer viel Mut. Wenn man nicht weiß, wie man einem Mädchen die Liebe gesteht, dann sollte man immer auf Nummer sicher gehen und es mit einem Riesenteddy I love you ausprobieren. Wo kann man einen Riesenteddy I love you kaufen? Einen Riesenteddy kann man am besten im Internet kaufen. Das liegt daran, dass das Internet immer eine riesige Auswahl bietet. Abgesehen davon kann man per Internet doch selber bestimmen, wie der Teddy auszusehen hat. Beispielsweise kann man sich für einen Riesenteddy I love you entscheiden, den dann zusätzlich auch noch den Namen der Geliebten aufgeschrieben haben kann. Das Bestellen per Internet ist sehr einfach und für jeden zugänglich. Da alle Daten anonym bleiben, muss man sich keine Sorgen machen, dass jemand davon erfährt. Es kann also eine Überraschung bleiben. Beim Kauf sollte man vorsichtig sein. Sehr viele Internetseiten bieten billige Kopien des Teddys an. Man muss sich vor dem Kauf dessen bewusst sein, dass ein Riesenteddy I love you nicht gerade wenig kostet. Wenn man also einen solchen Teddy kaufen will, dann muss man doch ein wenig mehr Geld ausgeben. Die billigen Teddys sollte man vermeiden, denn diese sind schädlich für den Körper, sind hautunverträglich, können Allergien auslösen, haben eine kurze Lebensdauer, weisen keine gute Materialverarbeitung auf. Wenn man einen Riesenteddy kaufen will, dann immer vor einer Seite, die sicher und geprüft ist. Welcher XXL-Teddy ist der beste? Obwohl es sehr viele Teddys zu kaufen gibt, kann man nicht mit Sicherheit sagen, welcher davon der beste ist. Die Auswahl hängt alleine vom Käufer ab und deshalb sollte man jedem eine Gelegenheit geben, sich einen persönlichen Favoriten auszuwählen. Jeder Teddy, der eine gute Materialverarbeitung aufweist, nebenbei auch noch ein modernes Design und hohe Qualität besitzt, kann der beste sein. Es hängt nur davon ab, was man in einem bestimmten Moment will und wozu man Lust hat. Besuchen Sie unsere Seite riesenteddy.com für noch mehr Tipps, Tricks und Kaufempfehlungen.